Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich ein Gesteck in leuchtenden Farben für dunkle Tage in einem schönen Gefäß mit Steckschaum, tolle leuchtende Blüten und mit Beeren, Rosen, Chrysantheme, Kohl, alles was zur Jahreszeit passt. Wie das genau geht, kommt jetzt. Ich habe wunderschöne Sachen mitgebracht, damit das ganz tolle Farben gibt und allen voran eine ganz tolle Deko-Chrysantheme. Die sehen so schön aus, aber die wollen immer in Ruhe gelassen werden, immer schön aufpassen, weil man neigt dazu, die so zu betatschen. Das wollen die Chrysanthemen nicht und kleiner Tipp, wenn die mal anfangen zu rieseln, dann kann man eine Kerze nehmen mit Wachs und an der Stelle, wo die Blütenblätter rausrieseln, ein bisschen Wachs reintropfen und dann kann man die oft noch sehr lange behalten, weil die halten ganz toll. Damit was Beeriges dabei ist, habe ich grünes Hypericum mitgebracht, dann leuchtende Orangene Rosen, kleine Poliantharosen, diese verzweigten Rosen und einen sehr schönen Kohl. Das ist so ein schöner, ja, so ein fitzeliger. Und zur Deko einen Maiskolben, den wir dann noch reinmachen, ein bisschen Farben und ein bisschen Grün werden wir auch gleich haben. Aber als erstes kommt die Steckmasse in das Gefäß und das kleide ich jetzt gleich aus. Die Steckmasse, da muss man den Ziegel immer aufs Wasser legen. So lange warten, bis der Ziegel von selber untergeht. Bitte nicht unter Wasser drücken, weil dann saugt er sich nicht richtig voll. So, ich würde die Steckmasse immer bündig mit dem Gefäß enden lassen. Es sei denn, du möchtest gerne zur Seite auch noch rausstecken. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht vor. Und es ist immer gut, wenn man eine kleine Gießkanne hat, dass man dir doch gut Wasser auffüllt, weil auch das Gesteck braucht natürlich Wasser. Man sieht, man muss so ein bisschen stückeln, dass das alles gut reinpasst hier. So, und dann habe ich jetzt Weinlaub mitgebracht. Man kann auch Efeublätter nehmen, man kann Kirschlaubeerblätter nehmen. Bei Weinlaub ist natürlich der Vorteil, da kann man sehr, sehr gut durchstechen, weil das ist relativ flexibel. Bei festeren Blättern muss man, bevor man mit einem Blütenstiel durchgeht, ist es gut, wenn man dann einfach nochmal ein kleines Loch macht oder mit einem Ästchen vorbohrt. Ich mache das selbst beim Weinlaub gern, wie man sieht. Das ist so ein Automatismus. Es gibt wahrscheinlich so Sachen, die jeder Beruf als Automatismus hat. Und bei Floristen ist das dann so, weil auch die Weinlaubstiele sind nicht so fest. Und wenn ich die ziemlich weit unten nehme zum Stecken, dann kann ich auch gut mit dem Stiel in die Steckmasse rein. Als nächstes nehme ich auch noch den Farm. Ich habe hier einen sehr schönen Farm. Kann man auch ein paar Efeu-Ranken rauslaufen lassen. Also da kann man verschiedene spielerische Grünarten, ja auch ein paar Ästchen, kann man hier einfach rein machen. Ich finde jetzt so ein Farm sehr, sehr schön. Und dann suche ich mir noch ein paar kleine Efeu-Stückchen, die ich auch noch für die Basis nehme, dass ich mir hier so eine schöne, lockere, lässige Grünbasis schaffen kann. Das ist natürlich ganz toll, der Efeu mit diesen fedrigen, fächernden Spitzen. Und ich glaube, viel mehr brauche ich auch nicht. Ich habe hier auch wirklich was ganz Besonderes. Diese Chrysantheme, die habe ich eigentlich als einen Stiel gekauft und sie hat zwei Blüten. Das ist super. Da habe ich gedacht, die nehme ich doch gleich mal fürs Video. Und stecke die, weil sie natürlich so schön ist, eine echte Beauty, stecke die in die Mitte. Der Kohl ist ja auch relativ dominant. Ich mache mal ein paar Blättchen ab, dass ich den auch gut in das Gesteck reinbekomme. Und der Kohl hat natürlich auch den Vorteil, die Farbe von der Chrysantheme, die wiederholt sich mit dem Kohl so schön. Also es ist ganz toll, diese Lilla-Harmonie. Das ist sensationell. So, ich mache mal mit dem Messer einen schrägen Anschnitt und der Stiel ist jetzt sehr, sehr fest. Aber mit Stiel kann man immer gut stecken, wenn man sehr tief greift und die Stiele dann in die Steckmasse steckt. Weil wenn man die weiter oben steckt und es ist ein weicher Stiel, dann knickt schlicht und ergreifend der Stiel ab. Und das ist so ein bisschen nervig. Ja, mein Maiskolben. Da ist jetzt zwar schon Draht dran, aber der ist mir zu kurz. Was ich jetzt mit dem Maiskolben mache, ist, ich drahte den. Das heißt, ich gehe mit einem Draht an der Wuchsstelle von dem ehemaligen grünen, ist jetzt natürlich beige. Da gehe ich rundherum und verdrehe den Draht von dem Maiskolben und kann diesen Draht in die Steckmasse mit einstechen. Man kann den ein bisschen schön rausgucken lassen. Oh, dann wollen wir natürlich auch noch unseren Farbklecks. Das sind die Rosen. Dieses kleine Highlight, weil wir wollen ein leuchtendes Gesteck für die winterlichen Tage und für die dunklen Tage. Die Rosen verteile ich jetzt erstmal. Ich nehme gerne, wenn ich stecke, eine Blütensorte und stecke diese und nehme dann gerne die nächste Blütensorte. Dann behalte ich einfach einen besseren Überblick, wie ich es positionieren will. Und wenn ich so durcheinander stecke, dann ist das ein bisschen schwieriger mit der Verteilung. Die Poliantha Rosen haben also auch diese Verzweigung. Ich nehme die jetzt einfach, aber wenn ich diese auseinander gerupft habe, dann muss ich zumindest wieder einen schrägen Anschnitt machen. Schräger Anschnitt wie immer, ist bei den Floristen ganz wichtig. Greif bei der Rose ziemlich tief den Stiel, weil, hatten wir schon, sonst bricht er ab. Und dann habe ich keinen Spaß damit. Passend zur Herbst- und Winterzeit ist es immer schön, wenn Beeren dabei sind. Beeren sind Früchte im Herbst. Auch erinnert auch so ein bisschen an Erntedank. Ist immer, immer schön. Immer. Ich finde, dass jede Arbeit verschiedene Blütengrößen und verschiedene Blütenformen braucht, um interessant zu sein. Dass die Gestaltung schön ist. Ja, das war mein leuchtendes Blumengesteck für die dunkle Jahreszeit. Ein Farbklecks für gute Stimmung. Ich hoffe, das mit meinem Video hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst und mich weiter empfiehlst. Bis bald, deine Margit. Tschüss.